Kommt raus, wenn ihr Kollegen seid! Kommt raus, wenn ihr Kollegen seid! Wir sind nicht bereit, uns Kürzungen von 25% für neu einzustellende Redakteurinnen und Redakteure gefallen zu lassen. Wir wollen unser Urlaubsgeld behalten und nicht auf 5,5% im Jahr verzichten müssen. Deswegen sind wir im Streit und wir wollen uns Kürzungen von 25% für neu einzustellende Redakteurinnen und Redakteure gefallen zu lassen. Wir wollen unser Urlaubsgeld behalten und nicht auf 5,5% im Jahr verzichten müssen. Deswegen sind wir im Streit und wir fordern unsere Kollegen auf, sich an diesem Streit zu beteiligen. Kommt raus, wenn ihr Kollegen seid! Kommt raus, wenn ihr Kollegen seid! Kommt raus! Kommt raus! Kommt raus!